Ja, genau. Wir sind von der Gruppe Events und Kunst in Karlsruhe. Da kam jetzt keine ganz konkrete Partnerschaft zustande, weil die ursprüngliche Gruppe nicht da war, aber trotzdem heute viele da waren, die Lust hatten, darüber zu reden. Und deswegen ist das Kulturbüro sehr gerne bereit, wenn es konkrete Ideen gibt von jungen Menschen für die Innenschaft in Karlsruhe, für Kunst und Events, dann ist das Kulturbüro der richtige Ansatzpartner. Ja, Klaus Kermis im Kulturbüro. Ich kann das bestätigen, wenn irgendwelche Fragen sind zu Veranstaltungen, zu Aktionen, Kunst, Himmeln, Himmeln, Raum, bitte meldet euch bei uns. Wir versuchen zu beraten und Tipps zu geben, vielleicht auch Unterstützung zu geben, um etwas zum Erfolg zu bringen. Wir sind nicht mehr hier im Rathaus, seit vier Wochen, sondern sind hier in der Bad Friedrichstraße, im Gebraunhaus, man findet uns im Internet mit Telefonnummern. Bitte meldet euch.